Ich habe hier mal ein Zitat für euch, quasi die letzte Verteidigungslinie der Grünen-Partei. Die totale Ablehnung der Grünen, die weit in das bürgerliche Lager reicht und inzwischen völlig irrationale Züge annimmt, ist einfach zu erklären. Die Grünen machen den Transformationsdruck, der real auf uns lastet, politisch sichtbar. Das Absurde daran ist, dass sie all das, was man in sie hinein projiziert, um die Realität verweigern zu können, gar nicht tun. Sie verbieten nichts, sie erziehen niemanden um, sie sind nicht radikal und sie bemühen sich um Verständnis, auch bei denen, die ihnen Hass entgegenbringen. Das ist halt die grüne Denkweise. Wir, nix schuld. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche an alle Alteingesessenen und an die vielleicht auch neuen Zuschauer. Freut mich, dass ihr den Weg zu meinem Kanal gefunden habt. So, kommen wir einmal zum Thema. Das, was ihr eben gerade gelesen bzw. gehört habt, das versuchte Ricarda Lang, die mal wieder in eine Talkshow eingeladen worden ist, also dieses Mal bei Sandra Maischberger, auch irgendwie darzulegen. Das gelang ihr eher plump als, sagen wir mal, auf einem intellektuell hohen Niveau. Denn die Mitte der Gesellschaft, die wehrt sich mittlerweile mit allen ihren zur Verfügung stehenden Kräften gegen die von den Grünen angestrebte Transformation der Industrie und der Gesellschaft. Ja, und daher sind halt auch für Ricarda Lang all diese Proteste von Rechtsextremisten unterwandert. Ich finde, die Frage ist ja, wann wird so ein bisschen demokratischer Grundkonsens in Frage gestellt. Und dieser Grundkonsens ist, dass wir bei allen Unterschieden, bei allen Kritik in der Lage sind, friedlich miteinander Konflikte zu lösen. Und das wird zum Beispiel in Biber in Frage gestellt. Ich hatte dort ein Gespräch mit einem Polizisten von vor Ort. Und der meinte zu mir, Frau Lang, ich hätte mir das, was wir hier erleben, niemals vorstellen können. Das sind Männer, mit denen sitze ich am Stammtisch. Das sind Männer, bei denen kaufe ich meine Kartoffeln. Und die zeigen hier den Stinkefinger in Richtung der Polizei. Die machen Polizeiautos kaputt. Die greifen auch uns täglich an. Und da kann ich nur sagen, ich komme ja selbst aus einer sehr ländlichen Region. Viele Bauern, viele Landwirte dort. Die sind konservativer. Als konservativer als ich das bin, im Durchschnitt kann man das, glaube ich, so ungefähr sagen. Aber das sind grundanständige Leute. Und denen kann ich nur zurufen. Man nimmt eine Mischung wahr von Menschen, die ein legitimes Interesse haben, auch Sorgen in ihrem Beruf. Und Rechtsextremen, die das unterwandern und instrumentalisieren. Und ich kann diesen anständigen Leuten nur sagen, lasst euch nicht instrumentalisieren von denen, denen es um alles geht, aber ganz klar nicht um das Wohl der Landwirtschaft. Ja, und so soll halt legitime Kritik an Ricarda Lang und ihrer grünen Partei im Keim erstickt werden, indem man die Proteste halt als rechtsextremen Brandmarkt. Allerdings, und das sagte ich in einigen Videos vorher bereits schon, habe ich das Gefühl, dass diese grüne Meinungs- und Deutungshoheit sich so langsam dem Ende entgegenneigt. Denn auch Sandra Maischberger konfrontiert jetzt Ricarda Lang mit der Vergangenheit der Grünen, aber auch mit den erst neulich stattgefundenen Protesten, zum Beispiel in Lützerach. Ja, und darauf reagiert Ricarda Lang in gewohnter Art und Weise. Also sie fängt erstmal grundsätzlich an zu schwimmen und versucht dann irgendwie noch den Bogen zu kriegen. Und behauptet allen Ernstes, dass es ja nicht um die Art des Protestes geht, sondern vielmehr wer da eigentlich protestiert. So, jetzt kommt ein Argument, das natürlich vor allem die Grünen betrifft, weil die Grünen aus einer Protestkultur kommen. Und wer sich noch erinnert, auch an die Anti-Atomkraft-Bewegung, da gab es immer die, die auch demonstriert haben mit einfach dem reinen Gewissen. Und es gab immer auch die, die sich darunter gemischt haben, weil sie einfach Randale haben wollten und weil sie mit der Polizei einen Fight haben wollten. Das weiß man, man weiß, dass Joschka Fischer ein Straßenkämpfer war. Man weiß eben aber auch, dass bis zuletzt die Grünen in Friedrichsrhein-Kreuzberg, das ist in Berlin ein Stadtteil, die haben Lützerath verteidigt mit eben diesen Worten. Ziviler Ungehorsam ist für unseren Kreisverband eine legitime Form dieser politischen Willensbildung und damit elementarer Bestandteil einer lebendigen Demokratie. Also, welcher zivile Ungehorsam ist sozusagen der, der auch die grüne DNA ist und welcher geht nicht? Es geht da gar nicht um ganz genau jetzt die einzelnen Erzproteste und vor allem geht es nicht um das Anliegen. Ich finde, das muss klar sein, als demokratische Politikerin darf ich nicht den Unterschied machen und sagen, für die einen ist es okay, für die anderen ist es nicht okay. Und während der gesamten Sendung, also zumindest die 16 Minuten, in denen Ricarda Lang dort aufgetreten ist, da versuchte sie vehement dem Elefanten, dem sprichwörtlichen Elefanten im Raum auszuweichen. Und der Elefant im Raum war halt die Frage, ob die Grünen gegebenenfalls auf Grundlage ihrer Entscheidung, die sie in den letzten zweieinhalb Jahren getroffen haben, etwas dazu beigetragen haben, dass so massiv gegen sie protestiert wird. Also, für Ricarda Lang ist es halt ein anderer Fall oder der Fall ist anders gelagert. Denn entweder konnte oder wollte sie diesen entsprechenden Elefanten im Raum einfach nicht sehen. Die Angriffe auf Politiker haben überhaupt zugenommen, das muss man der Fairness selber sagen. Also, es betrifft nicht nur die Grünen, es betrifft auch die SPD, es betrifft übrigens auch die AfD, das muss man ebenfalls dazu sagen. Frage, wie hoch ist der Anteil, den sie selber als führende Politikerin daran tragen, indem sie beispielsweise, jetzt betrifft das die Grünen, das Heizungsgesetz, sagen wir es offen, verkorkst haben und zuletzt einfach diese Gruppe der Bauern gegen sich aufgebracht haben, weil der Vorwurf steht im Raum, die wurden überproportional belastet, ohne dass es jemand irgendwie gemerkt hat. Und dann war es zu spät. Ich finde das gar nicht so eine einfache Frage, weil auf der einen Seite würde ich natürlich immer sagen, es gibt keine Entschuldigung dafür, Steine zu werfen, es gibt keine Entschuldigung dafür, gewalttätig zu werden. Und das Schöne in der Demokratie ist ja auch, wenn man Ricarda Lang richtig zum Kotzen findet, wenn man die Ampel richtig, richtig flöde findet, dann hat man andere Alternativen. Dann muss man weder Rechtsextreme wählen, noch muss man gewalttätig werden, sondern es gibt in der Demokratie andere Alternativen. Und gleichzeitig finde ich auch, würde ich jetzt meiner Verantwortung als Vorsitzende von der Partei nicht gerecht werden, wenn ich mir nicht Gedanken darüber mache, dass in den letzten zwei Jahren das Vertrauen in demokratische Institutionen, auch in diese Bundesregierung, massiv gelitten hat und damit auch ein Nährboden entstanden ist. Weil sie handwerkliche Fehler gemacht hat. Und da muss man sich überlegen, was müssen wir besser machen, was müssen wir tun, um Vertrauen zurückzugewinnen. Aber um jetzt nochmal auf das Zitat vom Anfang zurückzukommen, Ja, wenn es nach den Grünen geht, dann liegt das ja nicht an den Grünen selbst, sondern es liegt ja wirklich an der sogenannten Transformationsmüdigkeit der Gesellschaft. Und dass diese eben mit den neuen Realitäten, also den Realitäten, so wie sie die Grünen halt sehen, einfach nicht klarkommen. Ganz im Sinne von, schaut her, wir sind nur der Überbringer der Botschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Dass allerdings nur noch 13 Prozent aller Wahlberechtigten dieser Botschaft der Grünen noch Gehör schenken, ja, das sei einfach mal geschenkt. Klar, und das wurde ja gerade auch schon viel angesprochen, dass wir als Grüne oft diejenigen sind, die darauf stoßen, dass die Realität herausfordernd ist für Leute, dass die Realität den Menschen auch abverlangt ist. Das geht aber mit einer großen Verantwortung einher. Und da verbietet sich natürlich jede Form von Besserwisserei oder den Leuten sehr stark sozusagen vorzugeben, genau so müsst ihr es machen. Ich glaube, das ist was, woran wir arbeiten müssen. Weil am Ende muss immer klar sein, dass man die Alltagsprobleme der Menschen auf dem Schirm hat, dass man den Menschen zugewandt ist und dass wir nicht Politik machen, weil wir Dinge besonders gut wissen. Ja, meine Lieben, und daher denke ich, dass wirklich, und ich glaube es wirklich mittlerweile, dass die Meinungs- und die Deutungshoheit der Grünen in der Gesellschaft beziehungsweise auch im öffentlichen Raum mittlerweile langsam, aber stetig an Bedeutung verliert. Denn so langsam scheint hier irgendwie wieder der gesunde Menschenverstand die Oberhand zu gewinnen. Und man sieht, wohin die grüne Politik diese Gesellschaft treiben will. Wir sehen es an den Industrieeinbrüchen. Wir sehen es am Strompreis. Wir sehen es, dass im Grunde genommen alles, was die Grünen irgendwie angepackt haben, in die Hose gegangen ist. Und ich denke, dass ein Großteil dieser Bevölkerung und der Menschen in diesem Land diese grüne Politik mittlerweile völlig satt haben. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland verbrennt, aber uns allen sagt, dass wir jetzt alles sparen und mehr Steuern zahlen müssen, einfach abgewählt gehört. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.